Musik 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 Also wollen Sie nicht öffnen? Aus welchem Grunde sollte ich es denn tun? Wenn Sie nicht wollen, ich bedarf keines Schlüsseln, die Kläuter! Natürlich, Sie setzten so aus spät die Ehre einer Dame! Verzeihung, ich fehlte! Ich will jedes Aufsehen, jeden Neugier der Dienerschaft vermeiden und gehe selber, das Werkzeug mir zu holen. Sie erwarten mich hier. Doch damit all meine Zweifel verschwinden, werde ich zur Ruhe auch diese Türe noch verschließen. Wie soll das denn? Sie haben wohl die Güte, mit mir das Zimmer zu verlassen. Frau Breivin, hier ist mein Abend. So gehen wir. So gehen wir. Susanna wird erwarten, bis wir zurück sind. Vielen Dank.